Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Iron Total Madness auf zwei Beinen im Schützengraben unterwegs mit Retro-Maschinen. Daumen hoch. Salud. Daumen hoch. Kann nicht aufhören. So, nächste Mission. Checken wir mal aus. Europa. Wo sonst? Benzinhandel zu drehen. Schützengräben. Nutzlos werden. Ja. Zwei Strukturen muss ich verteidigen. Ja, hurra. Gasangriffe. Okay, Gasangriffe. Was soll das denn bedeuten? So, was haben wir denn hier alles hier? Stellung modifizieren. Warum habe ich denn so ein fettes Ausrufezeichen davor? Was ist das denn hier? Unterstützungsturm. Okay, die Sammelgabel habe ich doch. Stellung 4. Schwere Türme. Nehmen wir den Minen-Liga oder nehmen wir unseren Börserturm wieder? Oh, die Minen haben halt... Ja, die Reichweite ist halt nicht groß, ne? Aber die haben halt wahnsinnig Schaden, ne? Muss man wirklich sagen. Ja, wir probieren mal die Minen aus, würde ich sagen, oder? Warum auch nicht. Stellung 1. Habe ich nichts. Stellung 2. Auch nicht. Stellung 3. Magnet. Ich habe nur dieses... Da gibt es nur ionisierte Sammelgabel und die ionisierte Sammelgabel. Ja, interessant. Gibt es keinen Unterschied, oder? Ne. Alles klar. Wenn wir die Menüs kommen, ist es nicht so ganz zurecht. Irgendwie verwirrt mich das alles ein bisschen. Alles klar. Wir schauen mal Waffen. Ich glaube, diesmal... Was machen wir denn diesmal? Rechts, Maschinengeschütze. Was haben wir denn hier? Flak-Maschinengewehr und leichtes Maschinengewehr. Ne, ich will keine Flak. Wobei, schaut schön aus, ne? Nein, wir bleiben bei zweimal normales Maschinengewehr. So sollten wir jetzt mal ausgerüstet bleiben. Und was haben wir noch? Kern modifizieren. Chassis wechseln. Was haben wir denn noch dazu bekommen? Den Herrn Woodruff. Okay. Das heißt aber, kein schweres Geschützer haben wir hier zur Auswahl. Da auch nicht, da auch nicht. Das einzige, wo wir schwere Geschützer haben, ist dieses Ingenieurschassis. Das ist eigentlich schade. Das heißt, hier ist Rank 2. Drei Stellungen. Ja, ne, ich brauche aber diese Mörser-Kacke. Also irgendwie haben die mir schon echt geholfen. Beine wechseln. Hier, Sprint zwei Beinen. Warum habe ich die nicht vorhin nicht ausgerüstet hier? Ja, danke. Jetzt habe ich sie ausgerüstet, oder? Ja. Zwei E Sprint. Warum habe ich die vorher noch nicht? Alles klar. Ich würde sagen, ich bin nicht online. Komisch. Los geht's mit der Mission. Ich muss also zwei so eine Raffinerien da verteidigen. Gut, habe ich auch nicht vor. So, meine Maschine ist hier völlig am abkacken. Ah, jetzt kann ich überrennen. Wow. Habe ich jetzt gerade sehr viel Platz gemacht hier die Dinger? Okay, das ist Nummer eins. Gibt's euch eine Map oder so? Gibt's für mich nicht, ne? Komm, lauf, lauf. Und wo kommen eigentlich die Gegner? Von da oben, oder? Ah. Let me check ich's gerade noch nicht ganz. Ich würde sagen, diesen Minenwerfer, oder was auch immer das ist, packen wir ihn mal da hin. Ich habe zwar schon eine gute Wahl. Jetzt mal schnell darüber, würde ich sagen, weil es war immer die falsche Wahl. Ich habe es in die Mitte gelegt und da ist keiner. Draufballern. Worauf schießen die irgendwie hier? Achso, auf mein Depot. War ja klar. Na, na, na. Er wird dann gleich ein aggressiv sein. Ja, they're gone. War auf jeden Fall ein Schutz hier. Ich glaube, ich spare noch ein bisschen, dass ich hier auch nur so ein Minen-Ding hinlegen kann. Weil ich glaube, das wäre nicht verkehrt. So. Rasen wir mal da rüber. Oh, leck der Rast irgendwie. Achso, der rennt immer nur dann gerade aus. Ach komm, nicht schon wieder auf der anderen Seite, oder? Ne, die sind jetzt... Ah, die sind bei meinem Minenwerfer. Das ist ja schon mal gut. Oder? Seht's richtig? Ja. Irgendwie hat's doch hier schon was zerlegt, oder? Ah, wie kommt jetzt... Wo kommt ihr denn her, ihr Schweine? Wo kommt ihr denn auf einmal her, ey? Nein! Okay, ich sollte definitiv irgendwas hier an die Gebäude dran bauen. Um hier ein bisschen Schutz vor den Gegner zu haben. Und zwar... Da ziehen wir ihn mal geschmeidig. Und da drüben machen wir dasselbe. Komm, renn. Renn, Maschine, renn. Warte, 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 warte. Wie jetzt bitte? Hat ich meine Filme gekillt? Ja, ich hab doch schon diesen Minenscheiß da. Kommt der jetzt hier lang oder wo kommt der lang? Ah, ich check's jedes Mal nicht, ey. Komm hier, geblast. Oh nein, die kommt durch die Mitte, wie bescheuert. Warum hab ich denn da nichts stehen, ey? So hast du es schon? Mehr nicht? Ah doch, da drüben sind noch welche. Scheiße. Schau, mach was. Nein, nicht wegrennen. Was sollst du das tun? Mann, 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 ey. So, nachladen. So, ich brauch... Scheiße, ich hab wieder nichts. Was ist denn hier los? Warum ist denn hier... Das ist noch ein Rugeballer hier. Direkt er abschießen oder was? Nö. Ja, her damit. Ja genau, immer her mit dem Zeug. So, ähm, ich glaub ich muss hier in die Mitte mal was bauen. Ich kann nicht weitergehen. So, und wir bauen die vier... Lambrose... ... dahin. Danke. Denk ich auch. Hier links muss ich jetzt aber aufpassen. Weil die kommen doch dann mal gerne lang, oder? Ah, okay, gute Idee. Das heißt, hier... Mit den Minen hab ich schon mal die richtige Wahl getroffen, hier. Das macht's. YouTube sind tot. Komm schon. Her mit dem Zeug. Hier hab ich aber noch keine stehen. Scheiße da, ey. Hab ich dieses Minen-Ding da oben hingepflanzt, ey. Ich weiß es selbst nicht. Komm her. Her mit dem Schrott. Ja, der da oben, macht der überhaupt irgendwas? Hat der überhaupt einen Sinn hier? Ich weiß es selber nicht, ey. Ich weiß es nicht. Okay, wo sollte ich denn hier jetzt noch? Ich glaub, hier packen wir mal... Laufen wir schneller. So ne Kettling dahin. Ah ja. Meine Schnauze. Was erzählte der hier? Wow, wo bist du denn? Wir können nichts von diesem Gas sehen. Find die Schnauze und hol es aus. Find die Schnauze und hol es aus. Find mich! Oh ja, du hast mich versucht, nicht wahr? Wie soll ich denn da die Schnauze finden? Na da. Fahr mir weg mit dir. Was ist noch so ein Ding irgendwo? Ja, alles klar. Lauf. Ah, gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Jetzt. Ah ja. Ich sag's euch. Wenn ich hier ein bisschen mehr peilen würde, wäre nicht verkehrt. Ist doch ein bisschen konfus hier gerade, weil die Fläche so riesig ist. Ich suche mir verschiedene Möglichkeiten hier hinter zu gehen. Und mich irgendwie anzugreifen, was mir da ein bisschen hat. Komm. Ah, dieses Rennen hier, ey. Komm, jetzt sammle die eine Scheiße. So, wo sind sie denn die Gegner? In deiner Mitte, alles klar. Machen die auch noch meine Türme kaputt oder was, ey? Voll witzig, ey. Gut. Weg mit euch. Voll scharf doch meine Türme zu killen, ne? So wie es auch schaut. Der hat wahrscheinlich davor noch meine Türme gekillt. Aber wir müssen es doch schaffen, ist alles klar. Ich habe mir schon den nächsten Turm wieder gekillt, ey. So. Wieder nicht genug, um einen neuen Turm zu bauen. So eine Scheiße. 72 brauche ich hierfür. Komm hier. Einsammeln. Den Mist einsammeln. Hier kommt Big Willy. Diese Leute sind schwer. Ich habe Bock auf Big Willy. Nein. Komm, äh, Bienen. Hallo. Wie ineffektiv hat ihr denn? Haust ab von meiner Basis hier. Nein, nein, nein. Ich muss sicher nicht die Energie von Big Willy. Seht ihr die irgendwo? Ich sehe sie nicht, ey. Würde ich mal gerne sehen hier. Nein, ich verkeh zu wissen, wie ich den einfach draufballern muss. Sie sind auf unserer Basis. Sie sind auf unserer Basis. Sie sind auf unserer Basis. Wo kommst du denn her auf einmal da drüben? Nein. F*** Willy hier. Hau ab. Du solltest mich das defendieren. Ja, ich weiß. Schatzkegs. Ich könnte eine kleine Schottenbeutel hier benutzen. Sie sollten mir doch irgendwie helfen, oder? Wir nehmen die Schottenbeutel. Wir nehmen die Schottenbeutel. Wir nehmen die Schottenbeutel. die gegner drauf so wo wir im haufen gesammelt würde ich sagen das heißt mal nachladen hier pack wir mal den minenwerfer drauf und da davor packen wir mal eine getting an ich kann mich gleich hier in den gettingen besitzen was kommt denn jetzt schon wieder hier mann wo sind wir schon wieder, da sind wir ok da auch du hast nur ein körper für ihn gemacht naja hau ab, hau ab komm schießt wieder Waffe, schießt ja, sie sind weg ja, sie sind weg ja, sie sind weg ja, sie sind weg so naja, kann ich nicht abreden geht nur wieder schrott da hier ne schrott rumliegen ja, hier ne schrott rumliegen ja, hier ne schrott rumliegen ich würde sagen, wir liegen bei hier 3 geht nicht warum geht es nicht warum geht es nicht warum geht es nicht naja, da geht es so, wo sind sie denn ok, da da oben da oben sind sie scheiße irgendwie habe ich hier oben noch nichts gebaut oder? kann es sein, habt ihr den vergessen oder so? habs Druck auf die Gegner 2 ja, 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 ja ich war unterstützer Kollege hau mit drauf hier gut, 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 gut gut, gut, gut immerhin so, und hier sollten wir mal auch noch einen drauf können so, was können wir noch machen? was können wir noch machen? unsere Magneten können wir noch setzen so, komm hier oh Gott, diese Impulswitcher, hey solltest du wieder meine Töne kaputt machen? oh nein ja, irgendwie haben die ja noch kaputt gemacht, ey ich kann kotzen, ey ey, die rennen einfach rüber, als wäre es nichts, ey unglaublich zum kotzen gut, dann kriegt ihr mal ein Upgrade hier genau, das Upgrade macht die selbst fast kaputt hier der hier drüben ja, Shit, hab ich nicht die hab ich schon wieder nicht die Kohle dafür hier passiert grad nichts, aber hier ist ja voll hier ist ja voll das Zeug am rumliegen, ey oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein ja, Glück gehabt, ey ok ich würde sagen, wir upgraden mal den hier auch gleich die Überlebnis nehme ich irgendwie in der Mitte, das ist ganz gut, aber lauf, 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 oh oh, nicht stehen bleiben, lass uns laufen so, einsammeln, einsammeln, einsammeln und diese Jagd nach diesen Schrottteilen ist überhaupt nicht nervig so, wo gehen wir jetzt hin hier oben die Kanone steht da unten in der Mitte haben wir zwei Minenwerfer plus diese Magneten dahinter, die sie schön einsammeln die sollten doch eigentlich komm, ey komm, 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 komm schnell mal drauf, Jungs wow ich kasse euch Mann, 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 Mann Mann, Mann, Mann ok, ich glaube, ich habe wieder das angeflogen für mich komm, gib mir mal diese ganzen Mistier die hat hier da rum so komm, gefährdemist mach ich schon wieder diese vollidioten hier, ey wo sind sie denn wo sind sie denn komm, tötet sie komm, draufgehen, draufgehen, draufgehen komm, draufgehen, draufgehen oh nein ich hasse diese Dinger aber die können auch nur die Türme killen, oder? nicht die Minen, irgendwie so das ausschaut, ne? naja, ok ok Upgraden wir mal hier die Reichweite und hier kommen wir noch eine Mine hin sammeln, sammeln, sammeln und hier nochmal eine Mine hin man sollte so ein bisschen die Vorhut schon mal killen ich glaube in der Mitte bin ich ganz gut ausgerüstet gerade, oder? kann das sein? oder drüben nicht komm, lauf schneller den upgraden wir hier auch mal oh Mann, ey so ein Mechlaufen zu lassen ist echt bescheuert wie ist das denn? auf, töten, 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 töten 3 naja, dann placen wir es halt hier macht eigentlich ganz gut schafft das Ding hier oben, muss ich sagen mal gucken wie sie jetzt in der Mitte anstellen auch ganz gut ah, die kommen wieder links die kommen wieder links alles klar lauf Baby, lauf ah Mist, okay so viel Schrott habe ich nicht gesammelt so her mit dem Schrott her mit dem Schrott her mit dem Schrott upgraden da muss mehr Power in den Turm so, okay Power ist im Turm wo sind die Gegner das ist die letzte Welle das ist die letzte Welle alles klar da herf mir mal in der Mitte aus würde ich sagen sterben ich wollte irgendeine Mist hier machen und die Seite wechseln gut gut, 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 gut und da oben Tommys alles da lauf nie lang da raufballern, 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 raufballern oh, du machst mich jetzt Big Willi wo sind die Big Willi sag du Scheiße abfeld, abfeld, abfeld ab Willi wir sterben ja, alle frei gut, das andere Gebäude das kriegen wir auch noch klar, oder? hier, komm einsammeln, einsammeln jetzt mal schnell da rüberrennen, mein Freund jetzt aber ganz ganz schnell hier du solltest mich das ja, oh ne wenn ich so lange dauern würde hab ich auch noch abgegradet obwohl kein Geht mehr da ist also super ah, die Kiste nehmen wir auf jeden Fall noch mit hier und komm, hier Schott einsammeln ja, ich glaub wir waren erfolgreich meine Freunde salutieren und Daumen hoch schade, geht nicht mal wieder in Europa gewonnen ist ja unglaublich, was ich alles in Europa so besiege hier Puh das ist schon echt ein bisschen chaotisch gewesen gerade aber ey, wir haben es geschafft von daher kann ich mich ja gar nicht beschweren oder will ich mich ja gar nicht beschweren bis auf meinen Basiszustand naja hatten wir auch schon mal besser gemacht, würde ich sagen aber gut das Level geschafft und wieder Kohle gekriegt ich weiß immer noch nicht ganz genau, was ich mit der Kohle machen soll Uh Schnelllade-Dreibein die Verschanzungsfähigkeit dieses dreibeligen Schnelllade-Plattform verringert die Nachladezeit drastisch oh, das klingt doch schon mal sehr gut Behelfs-Reparatur-Kran wie ist ein mechanischer Reparatur-Wertzeug repartiert ein Schützengräben auf dem Schlachtfeld und verhindert einen Ausfall es verhindert keine mentalen Ausfall pfff das war klar wow, die Blume Granate benannt Minibomben alles klar Juhu ich hab noch einen Anstrich und neues Case und Leutnant Archie Seltenmächtige Luftabwehr Luft gab's grad gar nicht in dem Level, oder? Zumindest hörst du aus Nö, es gab keine Luft und ne Belohnung hab ich auch gekriegt Hurra Cool für Maschinengewehr-Kids krieg ich ne Flak ich will doch einen Boden für den Boden will ich doch mehr Power und Geld hab ich auch noch gekriegt und nochmal Geld Kommt ach schade ich hätte jetzt zu gerne hier noch mehr gekriegt ich brauch ich will mal ne fettere MG haben Mist ey den krieg ich den nicht naja jetzt schauen wir uns erstmal an wie das Zeug funktioniert hier Repairing die Trenche in dem Feld kann zeitkonsumend sein wir haben das Problem mit dem neuen Repair-Krad Deploy einen um deine Trenche zu reparieren bevor du runter ja gut ja gut bis jetzt musste ich mich nicht selbst noch nicht reparieren ein einziges Mal im zweiten Level glaube ich ob ich das wirklich brauche auf dem Feld vielleicht soll ich mein Geld in andere Sachen investieren mal schauen so Leute ihr wisst Bescheid ach ihr wisst Bescheid jetzt hab ich diese Scheiße ausgelegt ihr wisst Bescheid daumen hoch das war mein tolles Video und salut und dann bis zum nächsten Mal und du halt jetzt mal die Schnauze deinem Hintergrund Ciao